Im Video wollen wir die Straße in Rabenstein beginnend am Naturtheater bzw. im ersten Bereich ist es nur ein Weg, gehen hier Treppen runter, hier sind die Felsendome, hier ist die Gaststelle zur Felsendome, entlang gehen also diesen rot markierten Weg und bis wir wieder auf der Kreisigstraße antreffen, wo im Bereich davor ein Tennisplatz ist. Wir schauen uns erstmal das Video an und ich kommentiere es auch wieder dazu. Also wir beginnen hier am Naturtheater, der Weg ist öffentlich gewidmet und im Bestandsverzeichnis eingetragen bis zu dieser Wendestelle. Ab hier ist er nicht im Bestandsverzeichnis, wir sehen hier bereits rechts, ich suche gerade dran, dass es sogar zwei Wanderwege sind, die hier entlang gehen. Links und rechts von den Grundstückseigentümern eingesäumt, rechterhand das Flächennaturdenkmal, also die Felsendome, es geht herunter, eine Treppe, danach ein schmaler, unausgebauter Weg und wir befinden uns dann im Gelände der Felsendome. Rechterhand geht es zu den Felsendome rein, hier ist das Partyzelt von dem Betreiber des Restaurants Felsendome. Hier steht sogar ein öffentlicher Mülleimer, der mit Sicherheit gepflegt ist, all das ist nicht im Bestandsverzeichnis drin. Wir gehen jetzt hier weiter, ihr seht auf der rechten Seite, ich zoome dazu auch mal hin, ein Wanderwegschild, also den Weg, den ich gerade gelaufen bin. Das ist ein wichtiger Wanderweg, um hier zur Burg Rabenstein zu kommen, zum Totenstein, zum Stausee. Es ist ein Rundwanderweg um Chemnitz, Grimmetschauer Wald und so weiter. Der Weg ist nicht im Bestandsverzeichnis, wie ich schon sagte. Hier vorne ungefähr, wo die Lampe steht, bis dahin ist er als Sackgasse eingetragen, als öffentlicher Weg im Bestandsverzeichnis. Und das Stück hier runter nicht, wir gehen jetzt aber nicht weiter, hier gerade aus Vor- bis zur Limbacher Straße, sondern biegen jetzt rechts ab, vorbei an dem Restaurant Felsendome. Wer noch nicht dort war, gerne mal vorbeischauen, gerade im Sommer auch, draußen könnt ihr da schön essen. Ja, hier ist ein Schörterweg, Parkflächen, teilweise hinter dem Haus von den Felsendomen und gerade aus bis zur Kreisigstraße, rechter Hand wiederum, dass die Felsendome und ein viel genutzter und auch wichtiger Weg hier für Rabensteiner, aber auch für Besucher des Restaurants und der Felsendome. Wer es nicht weiß, die Felsendome ist ein Bergbau, ehemalsches Bergbaugebiet, hier wurde Kalkstein abgebaut, auch zu DDR-Zeiten dann nicht mehr genutzt. Hier links sieht man eine kleine Erhöhung, dort ist ein Parkplatz, welchen sich die Kleingartenbesitzer, die in dem unteren Bereich Kleingarten besitzen, ich zoome dort gleich nochmal ran, hier unten, von dort aus gelangen die an ihre Kleingärten. Gerade aus weiter rechter Hand befindet sich der Tennisplatz, man sieht es hier, die grünen Markierungen, äh, die grünen Werbebanner. Und vorne kommt man dann auf die Kreisigstraße. Es ist auch nur eine Nebenstraße im vorderen Bereich, ein neu gebautes Einfamilienhausgebiet. So, und hier stellt sich eben wieder die Frage, ist das nun ein öffentlicher Weg oder ist das nun ein Privatweg? Die Stadt hat es nicht reingenommen ins Bestandsverzeichnis, aus welchen Gründen auch immer. Aber es dürfte natürlich klar sein, dass dieser Weg von der Allgemeinheit und von jedermann auch viel genutzt wird. Sonst gäbe es natürlich auch keine Wanderwegeschilder und der soll auch weiterhin nutzbar sein. Wir schauen nochmal an die Messtischkarte von 1945. Die Verbindung von hier oben, wie wir hier runtergekommen sind, sieht man jetzt hier nicht. Die wird es mit Sicherheit 1945 noch nicht gegeben haben, weil da das Bergwerk natürlich noch aktiv war. Nehmen wir nochmal die topografische Karte. Hier ist jetzt auch keine Verbindung zu sehen. Also die Treppen, die wir hier runtergelaufen sind. Aber die Verbindung hier bis zur Kreisigstraße war schon damals drin, wie natürlich auch 1945 der Weg auch hier bereits drin war. Ja, wir schauen nochmal spaßensalber in die Meilenblätter. Und da war das Gebiet natürlich ganz anders, aber man hat natürlich gesehen hier, die Kreisigstraße, die verlief eben als wichtige Verbindungsstraße an den Felsendomen vorbei. Das hat man dann alles umverlegt zur Limbarer Straße hier in dem unteren Bereich. Das ist die wichtigere Verbindung geworden. Aber auch hier sieht man die Verbindung eben hier, die weiterhin heute genutzt wird. Das ist die wichtigere Verbindung.